hey ho leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play crossfire ja ich habe eigentlich viel zu berichten viel zu sagen wir sind natürlich wieder hier in hero mode da kann ich immer am besten labern und dabei spielen und zwar bin ich ein level abgegangen das ist auch cool aber crossfire hat ja im moment ja wie soll man das sagen ein paar kleine probleme ich weiß auch nicht was da los ist uk 4 stone clown wolf kann man nicht mehr machen das ist so behindert ich weiß auch nicht was die da erst mal schön abgestaubt ich weiß auch nicht was die da gemacht haben bestimmt ist das nutella glas in die server gekippt oder so ich habe mich richtig angedeckt ich habe mehr munition gekauft mehr xp mehr gp alles blablabla schön viele punkte machen ja so na kommt ich bin immer headshot das ja auch mit spiel können und da kommt auch gleich ein kollege von mir rein den ich in der freundschaftsflüste habe mehr chance nicht gekickt zu werden noch vielleicht zwölf drückt wenn ich mal wieder gekickt werde ja ich habe genau das muss ja jetzt die 96 folge sein und ich mache ja so ein 100 folgen abo special abo special nein folgen 100 folgen special und das heißt das heißt ja das ist halt einer hundertsten folge keine normale folge wird für die leute die es noch nicht wissen da habe ich mir schon was einfallen lassen da habe ich mir schon was einfallen lassen ja da sieht man das an meinem freund ist hey ich habe jetzt keinen bock mit dem zu schreiben wie es mir geht und so beers komm her komm her wo kommt der hin auf einmal auf einmal beginnt vor mir ja ah ja hm mit herzen ok neun futurum weiter 100 pro getipped ja oh wo ich stehen Shield mit 100 doch jedenfalls Prozent Warte ab und da kommt ich freue mich eigentlich weil es und mich an alte Zeiten erinnert so zu sagen um und wir wollen YouTube gerade erst mal um Kollegen getroffen der auch und das noch um nur 13 100 12 das wollte ich das hätte ich aufnehmen wollen aber nein das beste nimmt man ja nie auf aber ich habe einen Screenshot gemacht also na komm direkt kollegen tötet die die sehen anders aus hört sich ein bisschen rassistisch an wir wollen uns nur leid nicht schon so ich kann am besten spielen mit Musik also ich brauche ich ich spiele sowieso kaum auf Sound dann kann ich am besten spielen mit Musik und zwar mit Techno äh ich liebe Techno einfach ich keine Ahnung ah ich werde angerufen warum nicht in der Aufnahme ah das ist eine Ruhe kann ich hier einstellen kann ich nicht hier sagen ich bin im Video oder so nein ne das ist nie das gibt oh Amo 4 4 4 4 4 4 4 5 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 10 5 5 6 5 5 5 6 das hat sich an freunden nein die wollen das ist auch sogar mit einem typen die ganze nacht gespielt die ganze nacht richtig viel spaß gehabt später hat sich herausgestellt dass der heck aber trotzdem und dann so am morgen so 6 uhr wir haben echt die nacht durchgemacht nein ich gebe dir nichts gehe weg du hast ein m60 sei damit zufrieden weißt du früher damals habe ich mir in der mp7 hier hero mode gespielt also mehr kills gemacht als du hast ein m12 herzlichen glück hoher hoher und hohe auch fast wieder mein kollegen er ampelt hier rum was er geiler kriegt ach ja der typ bin ich hier übrigens dieser rote fahrt 100 ja weil ich die mission mache das solltet ihr auch tun wenn ihr selber koffeier spielt lohnt sich die mission zu machen weil man kriegt 1.000 xp karte kriegt man mal so einen schönen mutanten dann braucht man selber kaufen aber nur ausnahmsweise dann kriegt man bulletproof was eigentlich ein bisschen lubi ist aber ich habe jetzt auch bulletproof super aber bulletproof das nimmt gar nicht so viel weg wenn du skill hast dann schießt er einen in den kopf und verliert bulletproof ist schon ein bisschen lubi das stimmt schon aber ja kann man auch nicht sagen also ein pro hat kein bulletproof bestätig ich sag ja nicht dass ich proben obwohl zu meinem namen steht aber naja das ist auch cool jetzt glaubt man mir so dass ich was kann also gut in crossfire bin und meine kd und so weiter aber früher als man mit smiley hansa pro hieß dann haben die einen ausgelacht also ich hab ja nie den namen geschenkt also gewechselt und deswegen ja heiße ich einfach hansa pro schon von anfang an und ich bin damit zufrieden ja genau ich bin damit zufrieden hier ich bin damit zufrieden hier obwohl da ich bin damit zufrieden dann könnte ich mich erinnern hoch vor er hier ein kollege beobachten nicht Leike Pro oder was zu kommen man noch einen A A A genau falls ihr Bock habt mit mir zu zocken oder so können sie mich ja enden ja eigentlich per skype da habe ich auch mal account und in steam auch also in skype ich kann es ja theoretisch auch unter das video schreiben aber ich sage einfach in skype heiße ich hansa plus 94 also so und in steam genauso und dann könnten wir auch mal eine runde zeigen wenn ihr sagt oh du bist ja voll schlecht ich mach die fertig dann nehme ich die herausforderung an leute aber am liebsten in mutantenmode aber ich bin ja auch muss ich echt sagen das merkt man richtig wenn man zockt und frepst aber er hat dann ruckert es mehr als wenn man flüssiger zockt also wenn jemand es nicht will dann ist man schlechter eigentlich das merke ich selber, nein du kommst nicht rein ja der hero regelt auch ein guter trick immer um freunde rein zu lassen ein paar die granaten machen hat man genug platz oder um freunde halt einzuladen in den schönen käfig aber ich glaube ich habe mir nicht aber egal wir nehmen die herausforderung an ich glaube ich würde es machen weil er nach nachgeladen auch als wenn man so viel und die wohl muss gut regeln und nachladen oder das habe ich noch nicht mit dem schlug auch der juss auch tot und nicht sehr gut bahn nächste runde neue runde neues glück drauf heute 16 pro dein problem er rennt immerhin los gewachsen wollen von einem dann muss man so punkt egal und kann nicht raus du lappenfresse lappenfresse ja auch kommt schon war auch noch zu tun und die angebnis hier in dem Ort gar nicht nur wie außer auswürfen diese dieser ich weiß ob es mit Jodern der sein wird dieser Assassine keine Ahnung ob das so ausgesprochen wird jedenfalls die mit den Kackgranaten da für die seit ich gebe euch einen kleinen Tipp falls ihr hier seid ne hier sind total viele Leute drin ne ihr seid dieser Assassin da macht ihr hier genau hier eine Granate wirst du bleibst hier Boom und dann kommen die alle rausgeflutscht und dann kann man die alle kriegen nur dann musst du damit rechnen dass du gekippt wirst weil sie dich hassen dafür deswegen werde ich auch immer gekriegt weil ich mich bei den Leuten unbeliebt mache wenn ich sie kille oder vor dem abhau und die mich nicht kriegen na komm na was hast du für ne Waffe komm ran Thompson super genau vor der Schnauze Spawn 3 gut gut dass die Thompson Schlampe reingekommen ist ich meine Thompson Frau keine Ahnung was das sein soll ich würde unter deinem Bock gucken ich werde dir guck oh Mann 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 komm 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 komm